Herzlich willkommen zu einer neuen Meditation und ich habe mir gedacht, wir machen heute mal was, dass wir unsere Energie heben können. Denn normalerweise verstricken wir uns ja leicht in Stress, in Ängste, in Sorgen und da wäre es doch ganz gut, auch mal erhabener zu sein, fröhlicher zu sein, leichter zu sein. Und heute werden wir das gemeinsam machen. Wir machen heute eine Energie, wo du so richtig eine Party in deinem Energiefeld feiern kannst, ohne Kater danach und ohne schlechte Entscheidungen. Ist das nicht wunderbar? Und das werden wir heute umsetzen. Okay, dann beginnen wir mal. Schließ bitte deine Augen und atme mal tief ein. Und wieder aus. Und stell dir gleich mal vor, beim nächsten Mal tief einatmen, dass du alles alte, verbrauchte Energie, alles was dich so geärgert hat, die ganze Zeit lang oder über die letzte Woche hinweg, dass du das mal abatmest. Also einfach mal ganz bewusst, Freudeleichtigkeit rein, altes, verbrauchtes Ausatmen. Und was bedeutet jetzt Freudeleichtigkeit? Da stell dir mal eine Energie vor, die für dich für Freude steht. Einfach mal was Helles, was sich bewegt. Du kannst dir auch Konfetti vorstellen oder Feuerwerk vorstellen. Irgendetwas Lebendiges. Stell dir mal Lebendiges vor. Lebendige Energie. Und diese lebendige Energie atmest du jetzt ein. Und die fließt rein in dich und speichert sich wirklich unten bei deinem Harazentrum. Das wäre so Nabelschakra, Gegend, speichert sich die ab. Und auch beim Wurzelschakra speichert sich diese Freude ab. Etwas, das sich bewegt, wie Perlen in Prosecco oder Champagner. Etwas Bewegliches. Und diese bewegliche Energie, erlaube jetzt mal, dass deine Fußsohlen zu kribbeln anfangen. Dass deine Knie zu kribbeln anfangen. Dass dein Becken zu kribbeln beginnt. Stell dir das einfach mal vor. Wie Prosecco, Champagner, Mineralwasser, wenn du Anti-Alkoholiker bist. Wie Sprudel. Fußsohlen, Knie, Becken. Fußsohlen, Knie, Becken. Fußsohlen, Knie, Becken. Diese Beweglichkeit. Und jetzt erlaube dir mal, so ein bisschen mit der Hüfte zu wackeln. So ein bisschen auch den Oberkörper so zu bewegen. Und stell dir vor, über deine Wirbelsäule. Breitet sich jetzt dieses Kribbeln aus. Von deinem Becken, Steißbein rauf. Über dein Nabelschakra. Den Solaplexus. Das Herz, Hals. Drittes Auge. Bis zu deinem Kronenchakra rauf. Die ganze Wirbelsäule entlang, vom Hintern bis rauf zum Hals. Breitet sich dieses Kribbeln aus. Das Lebendige. Und zusätzlich beginnen jetzt auch deine Schultergelenke, deine Ellenbogen und deine Hände zu kribbeln, zu kribbeln. Das Leben fließt in dich ein. Und das bleibt nicht nur bei der Wirbelsäule. Dieses Kribbeln und Prickeln inspiriert auch dein Nervensystem. Das wird auch so leicht angetatscht und angestupst und inspiriert, sodass auch deine Nervenbahnen fast wie Lichtleiter aufleuchten. Stell dir mal eine Lichterkette vor, wie rund um den Christbaum oder so Weihnachtsbeleuchtung. Und stell dir vor, dass dein ganzes Nervensystem, die Nervenbahnen, unzählige, helle, klare Lichter sind, die da jetzt auch alle aufblinken. Und dieses Licht breitet sich auch weiter aus über deinen Rückenmark hinein in dein Gehirn, wo auch die ganzen Gehirnbahnen, Neuronen, Nerven aktiviert werden. Und auch dein Kopf, dein Gehirn beginnt zu kribbeln. Und alle Müdigkeit, alles Trübe, alle schweren Gedanken, alles, was dich belastet, wird jetzt aus diesem Bereich herausgekribbelt und rausgebracht, entfernt. Und bei den Nervenenden merkst du es auch, dass es vor allem auch bei deinen Augen, die Sehnerven, die werden auch aktiviert. Bei deinen Ohren, die Nervengänge, bei deinen Zähnen im Mundraum, alle Nerven werden da jetzt lebendiger und wachgerüttelter. Und auch deine Geschmacksnerven, die Zunge, all das beginnt zu kribbeln. Alles wird lebendig und wächst und wird weiter. Und du spürst jetzt, wie du im Gesamten in eine lebendigere Schwingung kommst. Wie Zelle für Zelle in deinem Blutkreislauf sich immer mehr hochschwingt, freier wird, größer wird, nach oben strebt. In eine positive Ekstase hinein, in eine Freude hinein. Und dennoch spürst du deine Beine, deine Fußsohlen ganz mit der Erde verwurzelt. Und du atmest nochmal tief ein und wieder aus. Und in dieser Beweglichkeit, in dieser Dynamik spürst du jetzt, wie auch die Erde unter dir zu leuchten beginnt, zu prickeln beginnt. Wo die Energie rund um dich auch fließt. Und sämtliche Nöte, Ängste und Sorgen werden durch dieses Prickeln abtransportiert. Das ist die reine Lebensenergie. Und du kannst diese Lebensenergie jetzt spüren. Fühl in dich rein. Atme bewusst und spür, wie die Lebensenergie durch dich hindurch fließt. Und spüre vor allem auch, dass sie dich befreit. Punkt für Punkt, Schritt für Schritt folgt Befreiung auf Befreiung. Und nun öffnest du dich noch einen Schritt mehr, indem du dich bei dieser Lebensenergie bedankst. Danke, dass du da bist. Danke für deinen immerwährenden Tanz, für diese unendliche Freude, für diese Lebendigkeit. Danke, dass du egal, wie schwer es in meinem Leben ist, wie viele Ängste und Nöte ich habe, du nie weg bist. Danke, dass du da bist. Und diese Dankbarkeit öffnet dich jetzt weiter und durch diese Öffnung kommt alte Trauer, Enttäuschung, Traurigkeit aus dir raus. Das heißt, dieses Lebendige, dieses Prickelnde, prickelt jetzt auch in deinem Herzbereich ganz bewusst. Und dadurch werden alte Herzensthemen, alte Enttäuschungen, alte Schwere, wird jetzt einfach entfernt. Dort, wo du das Leben zu schwer genommen hast. Dort, wo du stecken geblieben bist in alten Vorstellungen. Wird dein Herz jetzt befreit in Freude, Liebe und Leichtigkeit. In Freude, Liebe und Leichtigkeit. Freude, Liebe und Leichtigkeit. Und du erlaubst jetzt in dieser Freude, Liebe und Leichtigkeit, auch Heilung geschehen zu lassen. Heilung sowohl auf körperlicher Ebene, wenn dich etwas belastet, als natürlich auch auf emotionaler Ebene. Wenn du da eine Belastung hast, wenn du dich irgendwo müde fühlst, ausgebrannt fühlst, enttäuscht fühlst, traurig fühlst. Und in dieser Freiheit, in dieser Bewegung, in dieser Lebendigkeit, erlaubst du dir nun auch Freude. Kindliche, kindliche Freude. Spür jetzt mal, wie dein inneres Kind aktiviert wird und wie es jeden Augenblick hier auf Erden umarmt. Spüre die Lebendigkeit und die Energie. Und in dieser Freude und in dieser hoch schwingenden Energie hast du gleichzeitig auch eine tiefe Ruhe und ein tiefes Erwachsenenbewusstsein in dir. Es ist eine Freude voller Dankbarkeit. Es ist eine Leichtigkeit voller Stabilität. Leichtigkeit voller Stabilität. Sprich das nochmal in deinem inneren Leichtigkeit voller Stabilität. Beweglichkeit. Beweglichkeit plus Heilung. Heilung plus Freude. 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 Freude plus Liebe. Liebe plus Dankbarkeit. Dankbarkeit plus Gnade. Und in diesem Augenblick bist du ganz in deiner Mitte, ganz bei dir. Und du spürst diese Lebendigkeit, diese Beweglichkeit. Und erlaube jetzt mal in dieser Frequenz zu verweilen. Und lade jetzt zu deiner Party, zu deinem Freudigen Fest, zu deinem Überfluss an Energie auch Leute aus deinem Umfeld ein. Du musst sie nicht herholen. Diese Einladung ist nur eine Erinnerung. zu sagen, schau mal, wie leicht ich sein kann und ich weiß, du kannst das auch. Schau mal, wie viel Freude ich empfinde und ich weiß, die steckt auch in dir. Die steht auch dir zur Verfügung. Und nun erlaube dir aus vollem Herzen alle Leichtigkeit und Freude, so viel du dir vorstellen kannst, wirklich nach außen abzugeben, zu anderen hinzugeben, zu deinen Kindern, wenn du Kinder hast, zu deiner Verwandtschaft, wenn du Verwandte hast, zu deinen Eltern, zu deinen Arbeitskolleginnen und Kollegen, über die ganze Welt. Und du spürst, in dieser Qualität kannst du dich nicht verausgaben, denn es kribbelt immer weiter, du bist an die unendliche Leichtigkeit und Freude angeschlossen. Und erlaube dir nun zu sagen und dir vorzunehmen, ich begegne Menschen im Überfluss, ich begegne jedem im Überfluss und ich nehme die anderen stets im Überfluss wahr. Ich nehme mein Umfeld stets im Überfluss wahr. Dann spielt das keine Rolle, ob sich irgendwer bei dir jetzt nicht in dieser Fülle erkennt, ob er traurig ist oder steckt. Du konzentrierst dich auf das, was fließt. Auf das, wo die Freude ist. Und du atmest nochmal tief ein und aus. Und bedankst dich bei der geistigen Welt, bei deiner Freude, bei der Liebe, die du empfindest. Und spüre diese Beweglichkeit und erlaube dir wirklich in diesem Fließen, wenn du möchtest, anzuhalten und zu regenerieren. Oder natürlich überall dorthin zu gehen, wo du hin möchtest. Es ist dein Leben und du bist frei, zu wählen und es zu leben. Bedanke dich jetzt bei der geistigen Welt. Bleib ruhig in dieser Energie drinnen. Atme dreimal tief ein und wieder aus und spüre bewusst dieses Fließen der Lebensenergie, wo jede Zelle aufgeladen und energetisiert ist. Und komm dann ins Hier und Jetzt zurück. Du kannst gerne in dieser lebendigen Energie, in dieser aufgeweckten Energie bleiben. Streck dich mal durch, beweg nochmal deinen Körper. Und dann komm ganz ins Hier und Jetzt, in diese Zeit, in diesen Raum zurück und öffne deine Augen. Wie ist es dir denn gegangen? Ich freue mich auf deine Kommentare. Ich freue mich auf einen Daumen hoch. Abonniere meinen Kanal, teil dieses Video. Und ja, ich bin gespannt. Bleib in dieser Energie oder wiederhol die Meditation, so oft du möchtest. Und du wirst merken, du kannst da immer leichter, immer mehr eintauchen. Und so wird es dann auch immer mehr Teil von deinem Alltag. Diese Freude, diese Leichtigkeit, diese Liebe. Aus dem wunderschönen Lenz. Bis nächstes Mal. Dein Oliver Ereli. Tschüss. Dein Oliver Ereli.